Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück, auf dem ihr jede Woche sehr, sehr oft unterrichtet werdet und unterhalten werdet und eure Sachen loswerden könnt und mir gemeine Kommentare schreibt und ich dann gemeint zu euch bin und dann nenne ich euch Kevin und dann gibt es Leute, die sich darüber aufregen, dass sich sie Hans, Dieter und Kevin nennen, obwohl ich selber Kevin heiße und mein Leben lang schon Witze über den Vornamen Kevin höre und oftmals höre ich diese Witze von Leuten, die mir nicht das Wasser reichen können und die finden das dann witzig. und fahren dann mit ihrem Opel Corsa verrostet und drei Reifen wieder nach Hause in ihrer Einzimmerbude und sind ganz ärmlich und kläglich und lachen dann immer noch über diesen einen Witz und ich fahre mit meinem AMG nach Hause und bin glücklich und denke, okay, also wenn ich euch Hans oder Dieter nenne, dann ist das einfach, weil ich euch gerne habe oder weil mir einfach kein urtypisch deutscher Name einfällt. Was rede ich da eigentlich? Scheißegal. Jeder, der von euch ein OG-COD-Player ist, kann mir heute mit einem Ohr zuhören. Jeder von euch, der neu in der Franchise ist und neu bedeutet in den letzten fünf Jahren, der als allererste Mal mit MW19 dazukam. MW19. Ihr seid bei uns OGs die neuen Spieler, denn ihr habt überhaupt nicht festgestellt und kennenlernen können und ihr könnt ja nichts für, wie Call of Duty früher war und wir reden oftmals über Sachen, die es heute nicht mehr gibt, die es früher gab. Und es kommt etwas in Black Ops 6 zurück, was es früher jedes Jahr gegeben hat und dann mit MW19 plötzlich verschwunden ist. Und dazu müsst ihr einiges wissen und darüber müssen wir über etwas reden, denn das Problem ist, wenn man alte Systeme in neue Systeme integriert, bedeutet das in der Regel, man muss es adjustieren. Man muss dafür Sorge tragen, dass dieses alte System in dem neuen System auch einen vernünftigen Platz hat. Und ihr könnt euch das bestimmt schon denken an dem Thumbnail oder an dem Titel oder an sonst irgendwas. Es geht um Prestige. Wir haben das allererste Mal seit MW19 wieder ein Prestigesystem, was in Call of Duty zurückkommt. Eine der meistgefragtesten Dinge der letzten 5 Jahre und endlich, endlich kommt es wieder zurück. Und das ist etwas, was für uns alle einfach nur positiv sein kann. Und die Tatsache, dass ich jetzt erklären muss, was das Prestigesystem ist, sagt ja schon einiges aus, aber ich mache es ja gerne. Im Prestigemodus, liebe Leute, könnt ihr, könnt, nicht ihr müsst, euren Charakter mit eurem Level zurücksetzen, sobald ihr Level 55 erreicht habt. Das heißt, ihr spielt ganz normal, levelt eure Waffen, levelt euren Kram, geht bis Level 55 und habt dann die Option. Ihr könnt dann einfach weiterspielen ganz normal, ihr müsst dann nichts extra noch freischalten, ihr müsst nichts zurücksetzen und könnt einfach Ewigkeiten Level 55 sein und habt dann Prestige 1. Das ist die eine Option. Die andere, das, was wir alle lieben, weil das ein bisschen Grind ist und weil es Prestigesymbole gibt und man sich dann unter Umständen, wovon ich ausgehe, coole Prestigesymbole wieder aussuchen kann, weil es ein Treyarch-COD ist und die sowas immer machen. Ihr könnt bis Level 55 gehen. Dann resettet ihr euren Fortschritt. Das heißt, ihr löscht euren Account nicht oder so, ihr geht ins Prestige 2. Prestige 2 fängt wieder bei Level 1 an und ihr bekommt dafür, dass dann euer Level zurück ist und ihr eure Waffen wieder freischalten müsst und eure Streaks wieder freischalten müsst und eure Perks wieder freischalten müsst bis Level 55, ein Token, ein Prestigetoken. Mit diesem Prestigetoken könnt ihr eine Waffe auswählen, ein Perk auswählen, eine Streak auswählen, die permanent für euch frei sein soll. In alten CODs hat man oftmals sowas wie Totenstille beim ersten Mal genommen, damit ihr eben jedes Mal, wenn ihr Prestiget, automatisch Totenstille habt. Manche haben ihre Lieblingswaffe genommen, damit sie ihre Lieblingswaffe dann von Level 1 wieder weiterspielen können und und und. Ganz wichtig dabei, dieses Prestigen ist eine freiwillige Sache und keiner muss es machen. Niemand wird benachteiligt, wenn er es nicht macht, deswegen ist dieses System so gut. Dieses Jahr ist folgendes. Prestige kommt zurück, Leute, aber, und jetzt kommt ein großes Aber. Es gibt eine Einschränkung, über die Treyarch nur ein einziges Mal während des COD Next Events ganz, ganz kurz gesprochen hat, weil einer von den Streamern dort fragte, wie es damit läuft. Treyarch hat folgendes gesagt. Das Prestigesystem wird eine kleine Abänderung haben zu dem, wie wir das alle kennen. Und jetzt passt auf. Es wird genauso sein wie früher. Ihr werdet Prestigen können und eure Sachen sind dann gesperrt, bis ihr sie wieder freigelevelt habt in dem Fall. Aber alles, was ihr im Shop an Blueprints und Waffen-Bundles kauft, werdet für euch, ob ihr prestiget oder nicht, durchgängig freigeschaltet sein. Und nicht nur, dass eben diese eine Waffe mit diesen Aufsätzen, die die Blueprint ist, freigeschaltet sein wird, sondern alle Variationen, alle Aufsätze dieser einen Waffe, die ihr per Blueprint gekauft habt. Das ist die Folge, wenn man ein altes System mit Prestige mit einem neuen System verbindet und sich nicht allzu viel Gedanken darüber macht. Denn, natürlich, die Leute würden sich ja gar keine Blueprints kaufen, wenn sie wüssten, dass sie 9 von 10 Stunden diese Blueprint gar nicht spielen könnten, weil sie Prestige gehen und diese Waffe leider bei Level 54 erst frei wird. Was ist also und was wird sein? Viele Leute werden Prestigen und dann gibt es Hans und Dieter und Kevin, die natürlich richtig reinpähen in den Shop, weil sie es geil finden. Und die kaufen sich dann 95 Milliarden Blueprint-Varianten von irgendwelchen Waffen. Genauso wird es übrigens bei den Volt-Waffen sein, wenn sowas in der Art wiederkommt. Das weiß ich jetzt noch nicht. Bei diesen Blueprint-Varianten ist es dann so, dass natürlich man sich die stärkste Waffe nehmen kann für, keine Ahnung, 15 Euro, 20 Euro, 10 Euro, 30 Euro. Die Bandels werden ja jedes Jahr teurer, das scheint ja keinem zu jucken. Und diese Blueprint könnt ihr dann durchgängig spielen, mit allen Aufsätzen. Was bedeutet, während alle Prestigen und ihr auch mit SBMM, natürlich auch in Lobbys kommt, mit Leuten die Prestigen, habt ihr dann durchgängig so eine Blueprint-Variante mit allen Aufsätzen, die ihr durchgängig spielen könnt. Und an dem Punkt, wo ihr 5, 6, 8 oder 10 Waffen gekauft habt, habt ihr im Prinzip, obwohl ihr Prestiget habt, den großen Vorteil gegenüber allen anderen, die Prestiget haben, obwohl ihr das Label getan habt, dass eure Waffen alle durchgängig spielbar und freischaltbar sind. Für den einen ist es nicht so schlimm. Mich persönlich juckt das ein bisschen weniger. Wir haben sowieso SBMM, es ist sowieso Geschwitze und wenn jemand kacke ist, ist er auch mit einer gekauften Blueprint-Variante kacke. Ob ich dann nur eine schlechte Waffe am Anfang habe oder nicht, es ist mir alles egal. Aber man muss dazu sagen, es hätte ja ein deutlich besseres System gegeben. Warum hat man nicht gesagt, okay, wir wollen, dass die Leute die Blueprints kaufen, wollen sie natürlich, Activision möchte Geld haben von Hans und Dieter und Kevin. Wir machen es wie folgt. Ihr dürft Prestigen, natürlich. Ihr dürft eure gekauften Waffen, so wie sie sind, natürlich nutzen, aber keine anderen Aufsätze auf dieser Waffe. Ihr könnt sie nicht modden bis zu dem Punkt, wo ihr die Waffe irgendwie da offiziell freigeschaltet habt oder wo ihr an dem Punkt, an dem Level seid, mit dem nächsten Prestige, wo ihr die Waffe sowieso freischalten würdet. Denn die Waffen-Level, Leute, die Waffen-Level, die bleiben natürlich. Also ihr müsst nicht bei jedem Prestige eure Waffen wieder von vorne leveln, von Level 1 bis Level, wie viel Level diese Waffen auch haben werden, sondern euer Charakter-Level wird zurückgesetzt. Eure Tarnungen, die ihr erspielt habt, bleiben natürlich. Da müsst ihr nichts neu freischalten, weil sonst würde man ja jedes Prestige, seine ganzen Tarnungen wieder neu machen müssen. Und anders als in den Vorjahren ist der Tarnungs-Grind nicht an den Waffen-Level-Grind gebunden. Vorher war es ja so, ihr habt viele Tarnungen erst machen können, wenn die Waffe Level 10 war, Level 15, Level 20, Level 30. Das ist nicht mehr der Fall. Ihr könnt von Level 1 mit der MP5, wie auch immer sie sie nennen, Lachbahn oder sonst was, schon die Tarnung anfangen, wenn ihr auf die Endtarnung gehen wollt. Das ist sehr gut, das gefällt mir, dafür gibt es Props. Ihr könnt aber eben aktuell, sobald ihr eine Blueprint gekauft habt, diese Blueprint komplett durchspielen, mit allen Aufsätzen, auch wenn es eine absolute Metawaffe ist, unabhängig davon, ob ihr prestiget oder nicht. Das ist eigentlich nur ein kleines Thema. Mich persönlich stört es wirklich gar nicht, weil es ist altes System mit neuem System verbunden, da gibt es automatisch Haken dran, das wurde entweder nicht bedacht oder es ist echt dir bestimmt egal, all diese Optionen. Aber die Tatsache, dass Leute sich da wieder einen Vorteil erkaufen können, stinkt irgendwie schon wieder. Und die Option zu sagen, du darfst diese Blueprint spielen, bevor du sie freigeschaltet hast, aber nur genau die Blueprint, wie du sie gekauft hast, mit genau dem Aufsatz, mit genau dem Visier, genau dem Schalldämpfer, genau dem Magazin. Das wäre eine faire Lösung für Community, die nicht Blueprints kauft und Community, die ganz viel Geld ausgibt. Aber so wie es aussieht, haben sie deutlich gemacht, so wird es sein, da wird sich nichts dran ändern, Dinge wurden getan, Sachen wurden gesagt. Ich bin kein großer Fan davon. Aber das sollte jeder bedenken. Und dieses Video war mir ein großes Anliegen, denn ich glaube, dass locker mittlerweile 40% meiner Zuschauer auf YouTube überhaupt gar keine Ahnung haben, was Prestige in Call of Duty bedeutet, weil die einfach in den letzten 4 bis 5 Jahren erst dazugekommen sind. Und das ist kein Vorwurf an euch, ihr könnt es dann einfach nicht wissen. Wir haben Call of Duty vor 10 Jahren schon gespielt, mit Prestige und ohne Blueprints, sowas gab es früher nicht und mit Map-Packs, die man noch gekauft hat und ohne SBMM. Und als wir Call of Duty gespielt haben, war es Spaß. Und mittlerweile ist es blutiger Ernst und CDL-Meisterschaft. Das heißt, Leute, ihr dürft jetzt eure Meinung dalassen und das dürft ihr auch, wenn ihr Hans heißt und Dieter heißt und Kevin heißt, ob ihr das gut findet, dass man mit einer gekauften Blueprint das Thema Prestigen umgehen kann oder ist es euch eigentlich wie mir fast scheißegal und es gibt wichtigere Dinge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schaltet übermorgen wieder ein, denn dann kommt meine Premiere für euch, für diesen Kalender, den ich erst in zwei Tagen von Roli vorstellen darf. Und das würde ich ja niemals heute machen, weil das wäre nicht gut. Übrigens, einer hat geschrieben, Just Legends viel besser, du Knecht. Just Legends hat vor einer Woche alle Mitarbeiter entlassen, haben eine halbe Million Verlust gemacht und machen die Laden dicht. Also, ja, Just Legends, deutlich besser.